Habe ich noch irgendwo Kohle rumfliegen? Wahrscheinlich im Ofen, ne? Ja, kanns mal sehen. So, das schmeiß ich aber da drauf, dann das, das, das da. Okay. So, das kann auch weg. Jetzt habe ich nicht so viel Weltbewegendes dabei. Da kann ich mich auf die Suche machen. Auf die Suche nach dunklem Gestein. Dann gucken wir mal, was wir da, was wir hier erreichen. Ich muss nur aufpassen, ich habe leider kein Schild dabei. Echromate hier? Hallo? Hier ist der Spawner. Hier war Jamila schon unterwegs, hier steht nämlich eine Werkbank. Weiß, als ob ich hier jemals wieder zurückfinden würde, ne? Also ich finde hier bestimmt irgendwie irgendwo raus, aber... Ich schaue mal da hinten. Was ist das doch hier, dieses andere Zeugs? Wie nennt sich das? Glatter Basalt. Es sieht auf jeden Fall mal dunkel aus. Wir nehmen mal ein bisschen was davon mit. Und innen drin ist dieses komische Gebimsel-Dings da, ne? Was immer so Geräusche macht. Los? Ich warte mit. Erwischt Das wollte ich nicht So Da guck mal Wie so eine Arbeitsmaschine Hab nix gesagt Und ich wundere mich immer Dass die so schnell ist In allem Was ist das hier? Okay, nehmen wir auch mal mit Nehmen wir alles mit hier Vielleicht können wir es gebrauchen Plim, 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 plim Sweet So, so ein Kristall will ich auch. Ja, so ein bisschen habe ich was davon, okay. Hier geht es runter, hier ist aber unter Wasser. Unter Wasser ist immer schlecht. Was ist das hier? Ist das auch dieser? Ne. Ah, das ist jetzt so ein Bruchsteinschiefer. Okay, den brauche ich. Ich mache mir hier mal eine Fackel an, dass ich was sehe. Der ist, glaube ich, schön dunkel. Den Stein kann ich gut gebrauchen. Ja, dann muss ich den jetzt halt ein bisschen abbauen. Da gucken wir mal. Den meintest du? Ah, okay, okay, okay. Ja, der ist schön dunkel, das ist gut. Und aus dem kann ich ja auch, glaube ich, Treppen und so Sachen bauen, ne? Das müsst ihr hinhauen. Ja, dann könnte das Ganze funktionieren. Dann könnte das ganz gut klappen. Ziegel? Okay, dann muss ich mal gucken, wie welches Muster davon aussieht. Dankeschön. Ja, genau genommen sind es nicht mal Kekse gerade. Aber auch ungesund. Ich hatte nichts mehr und ich habe vergessen einzukaufen. Wie immer halt, ne? Dann brauchte ich eine Alternative und jetzt habe ich diese Nougat Bits oder Kellogg Tresor, was weiß ich, wie sie heißen. Ihr wisst, was ich meine. Die futtere ich jetzt die ganze Zeit. Was, du hast eine Apfel- Du hast eine Apfeltasche. Oh. Ich habe wohl auch eine. Und was willst du auch? Eine Apfeltasche oder? Cornflakes. Will du Apfeltasche von Aldi? Ja, aber hey, die sind gut. Beides. Und du hast auch Nougat Bits. So, wie viele Steine habe ich jetzt davon? Ich würde noch ein bisschen mehr mitnehmen, oder? Bevor ich jetzt wieder hochlatsche. So. So, jetzt haben wir über zwei Stack. Das sollte erstmal vielleicht reichen. Gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. So, nur, ich weiß ja, wo es ist, dann hole ich mir wieder was. Jetzt muss ich erstmal hier in einem Stück rauskommen. Ich habe ja da so eine geheime Superkraft. Ich kann gut sterben. Was machst du da hinten eigentlich? Na, hier ist noch ein bisschen Eisen. Das nehmen wir auch mit. Wenigstens in einem kleinen Eisenpopel hier. Oh, das nehme ich alles mit. Das ist keine Superkraft. Den Skill habe ich auch. Okay, gut. Ich dachte, ich bin der Einzige, der hier am laufenden Band in jedem Spiel irgendwie krepiert. Der ist nebenbei mit. Das nehmen wir auch mit. Das nehmen wir auch mit. Und wenn ich hier noch mehr Eisen finde, kann ich mir eine Bahnstrecke hier runterlegen. Jetzt bin ich im Kreis gelaufen. Oder? Kohle. Jamila, was machst du? Warum? Gesehen nicht, aber gelesen. Hier wird doch nichts rausgeschnitten. Hallo? Hallo? Da ist ja noch mehr Eisen. Ich kann echt bald eine Bahnstrecke hier runterlegen. Aber jetzt mache ich erstmal mein Haus so halbwegs fertig, dass wenigstens das Dach und so drauf ist. Bevor ich jetzt wieder hier neue Projekte starte. Das ist mein Problem, was ich habe. Ich fange immer neue Sachen an, bevor ich eins beendet habe. Dann habe ich ganz viele offene Baustellen und werde nicht fertig. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Aber hier ist Licht. Luft. Licht. Macht. Macht. Ich war sicher. Guck. so hopp hopp so wo bin ich gute frage die höhle ist groß und ich weiß nicht wo ich rausgekommen bin mal gucken ich schaue mich hier mal ich sehe häuser aber warum was habe ich gemacht ich habe überhaupt nichts gemacht so jetzt einmal hier runter oh dann gucke ich mal was ich aus dem stein zimmern kann was soll das heißen schöner würfel hallo der ist mit liebe gestaltet dass das war das ist das war schwer ja stimmt die hatte ich glaube ich immer genommen die hatte ich immer genommen aber ich würde die eigentlich noch die hatte ich immer genommen die finde ich auch besser okay das heißt ich brauche richtig viel von dem stein naja das kann ich aus dem machen nix das ist ja toll das ist schon ja aus dem her nichts machen das ist ja richtig viel sie wünschen nix okay kommt nur her um kisten zu durchwühlen und geht wieder und dann muss ich wieder hochkommen wieder ich werde beobachtet das macht mich nervös und okay So, dann können wir hier schon mal die Steine setzen. Das wird jetzt erstmal nur grob gemacht, das wird dann nachher ein bisschen noch verschönert, verbessert. Ich überlege ja, doch, kann man so machen, passt. Aber ich brauche halt viel, viel mehr von denen, ey. Da muss ich mal gucken. Vielleicht mache ich das auch einfach dann zwischen den Aufnahmen, dass ich das dann so zwischendrin farme. Das habe ich beim alten Netzplay auch immer gemacht, dass ich Sachen zwischendrin mal gefarmt habe oder so, wenn ich was brauchte. So, dann machen wir hier wieder zwei. Und ich überlege, ich glaube ich eine Bahnstrecke runter mache. Bis auf die Ebene, auf die ich muss. Das wäre so schön einfach da. Einfach reinsitzen und runterfahren. Ich glaube, das mache ich gleich. Ich versuche es gleich mal, mal gucken, wie weit ich komme. Jetzt siehst du mal, das wäre dann noch einfacher. Stimmt. Ja gut, ich muss die, ich muss die ja trotzdem befüllen immer so. Ich muss ja trotzdem mit runter. Automatisieren kann ich es nicht. Leider. Urteilen Sie noch nicht. Das wird noch viel, viel schöner. Warten Sie nur ab. Nein, 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 alles gut. Brauchst du jetzt hier nicht die Minimarbeiterin spielen. So, aber was ich als allererstes baue, ist jetzt mal ein Schild. Den hatte ich nämlich nicht mehr. Und hätte ich ganz gerne wieder. So. Dann habe ich noch Holz. Da, und das haben wir auch noch. So, dann. Wie war denn das? So. So und so. Ne. Ich kriege das raus. Moment. Ne, macht ja gar keinen Sinn, was ich hier mache. Sollte auch wissen, wie Schienen aufgebaut sind. Sollte ich mich verarschen. Moment. Mhm. Also ich brauche schon mal eine Lore. Die habe ich schon mal. Da haben wir es. Ah, okay. Ich habe zu viel Holz reingeschmissen. Okay. Gut. Ich brauche aber noch diese Antriebsschienen. Dafür brauche ich aber Gold. Das habe ich noch nicht. Okay. Okay, aber ich habe schon mal das. Sehr gut. Das möchte ich ausrüsten. Den Rest schmeiße ich da gerade mal rein. So, das kommt da rein. Und dann geht es noch mal runter. Jetzt wäre ich fast falsch abgebogen. Das ist es, das ist es. Nein, hau ab, Zombie, geh weg. Ich glaube, ich bin hier falsch. Vorhin war ich woanders. Die Frage ist, wo? Warum sind hier auf einmal so ultraviele Creeper? Nein! Haut ab, geh weg. Der kommt hier nicht hoch, oder? Das sind einfach zu viele Gegner hier. Da unten ist bestimmt voll cooles Zeug, aber ich komme da nicht hin. Wenn ich jetzt runtergehe, kommt der hoch, oder? Ja, komm du nur. Trau dich, trau dich. Dankeschön. Ich will das Eisen abbauen, aber ich trau mich nicht, weil ich habe Angst, dass der gleich wieder hochkommt, der Idiot da. Da, der hässliche... Der, der immer Bummen macht. Hau ab! Kleiner Scheißer. Okay, Creeper rennt da unten rum. Das Zeug brauchen wir auch. Redstone brauchen wir auch ein bisschen. Immer mal wieder. Also jetzt ist mein Tod ja vorprogrammiert. Definitiv. Das kann ich ja jetzt gar nicht mehr überleben. Wo? Au! Geht sie doch weg! Elendiger. So. Gold. Gold brauchen wir auch. Ich brauche Antriebsschienen, da brauche ich Gold. Zwei Creeper, ich glaube es ja nicht. Treffe ich die von hier? Joa, einmal. Ich habe keine Falte mehr, verdammt. Naja, im Endeffekt haben wir einen ausgeschaltet, ne? Ich brauche eine Hühnerfarm. Was mache ich denn hier? Eine Hühnerfarm, ich brauche ganz viele Federn und ich brauche ganz viele, ähm, Dingelzieher. Und jetzt sehen wir uns hier. Feuersteine. Okay, er hockt da unten. Kann der hier hoch? Nicht so ganz, ne? Okay, im Endeffekt ist er. Ist er jetzt weg. So. Was haben wir denn hier noch Schönes? Okay, ganz viel Lava. Hm. Die lasse ich jetzt erstmal. Wo ist denn jetzt hier? Da. Wo ist denn jetzt hier?